Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Sony XR55A90J-Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine OLED-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 40 bis 120 Hertz. Revolutionäre, realitätsgetreue OLED-Bilder Genießen Sie atemberaubende Kontraste auf unserem bisher besten OLED mit tiefen und natürlichen Bildern. Sein revolutionärer Prozessor analysiert wie das menschliche Auge und optimiert im Handumdrehen hunderttausende Elemente. Mit unserem einzigartigen OLED-Bildschirm liefert diese Technologie reine Schwarztöne und unsere bisher hellsten Bilder. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 18,6 kg und hat die folgenden Abmessungen. 122,3 cm in der Breite, 70,9 cm in der Höhe und 4,1 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300 x 300 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Es ist außerdem Energy Star zertifiziert. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 113 kWh pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse. 2 x USB 2.0 maximal 0,5 Ampere, 1 x USB 3.0 maximal 0,9 Ampere, 1 x Ethernet RJ45, 2 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 2.1, 1 x Satellite in Main F-Type Female, 1 x Satellite in Sub F-Type Female, 1 x AV Composite in 3,5 mm Jack, 1 x Optical Audio Out, 1 x 3,5 mm Audio Out, 1 x Antenna RF Female und 1 x C plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 4.2. Der Fernseher verfügt über vier Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 40 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eArc an den Fernseher angeschlossen werden. Ein fesselndes Sounderlebnis. Mit unserer modernen Bildschirmlautsprecher-Technologie und dem Cognitive Processor XR erzeugt jede Klangquelle mitreißenden Sound. Hören Sie klaren und präzise positionierten Ton für alle Inhalte. Erleben Sie die neue Dimension der Unterhaltung mit Ton und Bild in perfektem Einklang. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 10 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Sprachgesteuerte Unterhaltung mit Google. Mit Google steuern Sie den Fernseher per Sprache ohne Fernbedienung. Sagen Sie, okay Google, was soll ich anschauen, um personalisierte Empfehlungen zu erhalten oder suchen Sie nach Titeln oder Genres. Sie erhalten Antworten auf dem Bildschirm und können Smart Home-Geräte steuern und mehr. Ich habe die Kundenrezension studiert. Ernsthafte Beschwerden wurden nicht gefunden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Aufbau war schnell erledigt. Alles wirkt hochwertig verarbeitet. Die erste Inbetriebnahme ist intuitiv. Die Menüführung ist gut verständlich. Die Bildqualität ist unglaublich. Der Ton ist super. Klare Bilder mit vielfacher Einstellmöglichkeit. Die Fernbedienung? Leicht zu handhaben. Der Test für den Sony XR55A90J Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!